Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen nochmal rein Leute, XRP heute bei 1,08$, also so ein bisschen wieder angestiegen, angeklettert hier. Wir haben auf jeden Fall ein paar Coins dabei, die auch in den letzten 24 Stunden gute Gewinne gemacht haben, beispielsweise IOST, ATOM oder SNX, Synthetix weiß ich jetzt so nicht, aber zumindest haben die um ungefähr 10%, 12%, 22% gemacht, also schon starke Anstiege. Natürlich in der Kryptowelt jetzt nicht so besonders, im Aktienmarkt beispielsweise wäre das ja der absolute Gamebreaker. Bitcoin ist heute bei 46.000, zumindest heute Mittag, wo ich das Ganze hier aufnehme. Bleiben wir mal gespannt, ob Bitcoin jetzt bald ausbrechen wird, egal in welcher Seite, aber wir wissen, egal was passiert im Kryptomarkt, es gibt immer Möglichkeiten Geld zu verdienen und das ist ja auch das Geile insgesamt irgendwo. Bevor wir in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr wisst, für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube, von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Von Nano Statistics, Nano ist ja auch ein Coin, auch ganz gut aus meiner Sicht, habe ich mich aber auch noch nie so wirklich mit intensiv befasst. Sie posten zumindest hier die aktuellen Fear und Greed Statistiken, ein Index von 28, was hier in dem Kontext schon extreme Angst bedeutet. Also wir sehen die Tachonadel hier eher so oben links, das heißt extreme Angst. Also für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich gut nachkaufen kann, denn ehrlich gesagt sind diese Phasen des Marktes immer Chancen, die ich sehe und nutze, weil ich overall immer bullish auf Krypto als Gesamtheit bin und das aus meiner Sicht nicht so ist so, der Markt geht runter, oh nee, da muss ich auch schnell Panik verkaufen, sondern ich auch noch sehr viele Positionen habe, die ich auch schon jetzt Jahre halte und auch noch länger halten werde, weil gerade im Krypto-Game halt dieses Hoddeln meistens gewinnt gegenüber den Leuten, die halt Daytraden oder die Swingtraden oder die Leute, die halt generell von einem Projekt zum anderen springen und hoppen. Aber das kann ja jeder für sich selbst wissen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich soweit gut mit der Strategie fahre, einfach ganze Coins sehr, sehr lange zu halten und das schont auch so ein bisschen natürlich die Nerven, wenn du weißt, dass du eh erst in, ich sag mal, 5 Jahren jetzt auszahlen wirst, dann können dir Drops von 10% heute egal sein. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Dann geht es noch weiter von DJ Peter Vass, er sagt hier Breaking News. XRP wird beim japanischen Exchange TauTau gelistet am 22. September. In diesen Artikel schauen wir einmal rein. Also hier einmal auf Englisch, natürlich werde ich euch den gleich auch wieder auf Deutsch einblenden. Ist auch ein verhältnismäßig kurzer Artikel. Gut, gibt ja auch nicht so viel zu sagen. XRP wird halt gelistet. Von daher haben wir hier einmal TauTau die XRP aufnehmen. Sehr, sehr schön. Wir sehen also Adaptionen an vielen Ecken und Enden. Und auch gerade in Japan sind die Leute ja meistens sehr, sehr bullish auf XRP. In Japan sind, glaube ich, so die größten XRP-Fans ever. Aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Dann geht es weiter vom X-Faktor. Und er sagt hier, ich habe die Matrix-Reihe noch einmal erneut angesehen. Und ich habe diese interessante Szene im dritten Film gefunden. Zufall oder? Hier gibt es den Loop. Und hier springt, ich weiß nicht, ist das Neo wahrscheinlich nicht. Ich habe die den letzten nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe nur mir Interpretationen das Ganze angeguckt. Weil generell die Matrix-Reihe, neben denen, dass sie gute Filme sind, auch noch eine deutlich tiefere Bedeutung haben. Kann man sich auch auf YouTube darüber informieren. Habe ich auch vor Monaten schon mal erzählt in einem Video. Aber es sind bestimmte Leute dazugekommen. Und von daher sage ich es nochmal. Es gibt auf YouTube zu der Matrix-Reihe sehr viele gute Interpretationen. Auch auf Deutsch, was ja meistens so nicht der Fall ist. Aber es gibt da ein sehr langes, ausführliches Video über die Matrix-Reihe. Auf YouTube müsste man das finden. Zumindest sind das sehr gute Filme. Auch aus der tieferen Bedeutung. Und hier natürlich Loop ist ganz klar die Anspielung, die X-Faktor hier meint. Dann geht es weiter von Fojack. Er sagt hier, wir wissen, wo diese Steine sind. Oder diese Bricks. Die Steine fallen hier einzeln. Und dann hier nochmal. Mit Brad Garlinghouse. Dann geht es noch weiter von Dim Kiss. Dimitri Keselev. Er sagt hier, XRP, come on, do something epic. Vielleicht kennen manche von euch das Meme, wo hier normalerweise so ein Hund ist, glaube ich. Und dann der Kollege ihn so ein bisschen anstupst und sagt so, hier, komm schon, mach was. Weil manche Leute auf jeden Fall davon enttäuscht zu sein scheinen, dass manchmal eine gewisse Zeit lang keine krassen, bahnbrechenden News rauskommen. Ich bin aber ehrlich gesagt um solche Phasen eher froh. Denn man hat auch einfach, wenn man an diese Technologie insgesamt glaubt, einfach noch viel mehr Zeit, um seine Bags weiterzupacken. Ich verstehe das immer nicht, warum man dann eine gute Technologie findet. Dann sagt hier, ich investiere jetzt ein bisschen. Und dann warte ich jetzt, bis es abgeht. Und bin dann enttäuscht, wenn es nicht innerhalb von Zeitspanne X abgeht. Das ist irgendwie so ein bisschen paradox aus meiner Sicht, weil ich für meinen Teil möchte von einem guten Projekt so viele Coins wie möglich sammeln. Die Chance haben dafür, meinen ganzen Back zu accumulieren. Und deswegen denke ich mir immer, ich bin froh, wenn XRP oder XTC oder wie auch immer morgen jetzt noch nicht bei 100 Dollar ist. Weil so habe ich mehr Zeit, das zu adden. Ich weiß, dass es passieren wird aus meiner Sicht. No Financial Advice, ihr wisst. Aber ich kann mir das selbst aussuchen, ob ich dann noch nachkaufe oder nicht. Das ist klar. Aber ich würde immer nachkaufen wollen, wenn ich so ein gutes Projekt finde wie XRP, XTC. Das sind super, das ist die Zukunft, Leute. Was soll ich sagen? Dann geht es weiter von Coingate.com. Sie schreiben hier, Relist XRP plant Coinbase XRP für Überweisungen zu verwenden. Eine mögliche Interpretation des Ganzen. Ich habe das ja auch in einem Video vor drei Tagen, müsste es gewesen sein, gefeatured oder vor zwei Tagen, wo wir hier auf die Seite einmal einen tieferen Blick geworfen haben, wo wir XRP und USDC mit dem normalen Bankentransfer, also normalen Banküberweisungen einmal verglichen haben. Natürlich sind wir zum Schluss gekommen, dass XRP das Beste von allen drei Zahlungsmöglichkeiten ist, ganz klar. Aber trotzdem sagen jetzt hier viele, dass das eigentlich schon in Steinmeißel, dass XRP entsprechend dann für die ganzen Überweisungen verwendet wird. Und das kann ich verstehen. Ich werde einmal den Artikel nochmal durchscrollen für jeden, der das lesen möchte. Von CoinGape. Auch Coinbase vs. SEC wird hier referenziert, habe ich auch in einem vergangenen Video schon mal angesprochen. Da ging es aber nicht um die Zahlungsmittel, sondern halt um das Yield, was da ausgeschüttet wurde, also die Zinsen. Dann geht es weiter von The Light Shines in the Darkness. Er schreibt hier, Coinbase ändert den Status von XRP von nicht unterstützt zu Trading ist noch nicht verfügbar. Also, kleiner Sneakbeak, vielleicht könnte das Handeln mit XRP bald wieder eingesetzt werden hier. Eine mögliche Interpretation. Klar, warum sollte man es dann on purpose, also extra quasi ändern, wenn man nicht plant, das wieder aufzunehmen. Dann hätten sie es auch einfach bei nicht supported lassen können. Weiter geht es noch von Jack the Rippler. Er sagt hier, XRP wird 10 bis 50 Dollar in Minuten erreichen und dann werden 95% der Leute ihre XRP verkaufen. Nur 5% aller Halter werden dann diesen generationsübergreifenden Wert generieren können oder erschaffen können. Also, they want you out, sie wollen eure XRP. Ich würde bei 50 Dollar auf jeden Fall noch einige XRP behalten. Und der letzte Tweet für heute kommt von Tranglo, beziehungsweise gleich vom Bobby Digital Asset. Hier geht es darum, XRP als Brücke zwischen zwei Fiat-Währungen zu benutzen, was dann die ganzen Kosten und das verfügbare Kapital erhöht oder verbessert. Also generell werden die Settlements sehr, sehr vereinfacht. Das schreibt Tranglo und dazu schreibt dann Lowkey XRP, das ist das Meme von Brett Gartlinghaus. Oh, wer hätte das gedacht. Da gibt es auf jeden Fall einen kleinen Like. Wofür es auch einen kleinen Like gibt, ist, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. 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 . Ciao.